was ich überhaupt nicht packe ist so sachen wie family guy oder so ja ich wusste das jetzt halt auch aber da sind ganz oft so random sachen drin die einfach unnötig sind mit die oft so das machen was mich jetzt so aufregt ist der peter bei family guy ich meine der typ der glaubt einfach alles zu wissen und hat halt einfach einfach gar keinen plan weißt du aber dann 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 bestehende hat auf jeden noch so dummen scheißdreck also quasi du rein oder nicht wirklich wie ich war im gegensatz zu dem ich zumindest wenn was falsch ist oder versuchen mich zu korrigieren wenn ich an fehlern aber der typ der ist ja so strunzdumm